und ist ja richtig auf die sache heute denn die ernsthaftigkeit fehlt ein bisschen ist mir auch schon aufgefallen kürzer war ein bald rein zaubern dauert doch denn immer so lange wieso wieso der abend hätte so produktiv werden können ich habe meine brille doch nicht da kannst du einfach nix machen da geht es ja so kann ich doch nicht für wenn du da und so ist denn jetzt eine bremse hier auch mal